Also, ich bin Uta, ich war beim Fülle-Seminar und ich fand es toll, dass ich tatsächlich in so eine ganz, unglaublich, tiefe Begegnung mit mir selber gekommen bin. Das hatte ich gar nicht gedacht vorher. Und das kann ich auch immer noch grad fühlen, dass, ja, das ist unbeschreiblich. Das ist so wirklich eine Verbundenheit, innere Ruhe. Das ist ganz groß und weit und ja, dafür möchte ich mich bedanken. Vielen Dank.